Das zweite Flugzeug des Kalmato, des Plachata. Wir haben einen Experienz-Pilot. Der Flugzeug des Kalmato, des Plachata. Wir haben einen Fluss auf der Fluss. Ich habe die Fluss. Das ist ein Fluss. Ja, das ist ein Fluss. Das ist ein Fluss. Das ist ein Fluss. Ich habe die Fluss. Und mit den kleinen Bewegungen der Kontrolle hier, es performt... Der Low-Rate performt besser. Der High-Rate ist nur für 3D. Aber wenn wir fliehen... Let's see the complicated movements. If you can understand... Only the throttle... Stickle... Oops... No, we're here. No, no, I aren't there, but... We're past our plan to meet the scene. Don't break the airplane with the young boy. Er ist jetzt ein Lotosin, oder? Der Slope Pass. Er ist so sehr wichtig, aber es ist so wichtig. Ich will das ein wenig sehen. Er ist nicht so wichtig. Er ist ein schönes Flasen. Er ist ein8-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein. Er ist unglaublich wie er fliegt. Er ist ein sehr tolles Flasen. Er ist ein sehr tolles Flasen. Das war's. Es ist kein Littro-Handling. Oh, ja, ich habe einen Aufkall, wenn man da doch betasse. Landen, das ist ein Kabel. Das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Aber es gibt einen Blatt. Ich glaube, es ist ein Blatt. Ich habe den Blatt. Ich habe es einen Blatt, aber ich kann mich für einen Blatt. Ich habe es einen Blatt. Es ist ein glider, auch wenn man es will, es ist ein glider. Wir erwarten eine perfekte Lange. Man sieht ein glider. Es ist ein glider. Es ist ein glider. Man sieht den Stadeln aus. Wir machen die Pilze nicht mehr. Wir haben die Pilze nicht mehr, aber wir haben die Pilze nicht mehr. Wir haben die Pilze nicht mehr. Es ist ein riesiger Flugzeug. Es ist ein riesiger Flugzeug. Wie geht es? Es ist ein riesiger Flugzeug. Perfekt. Es ist wieder nicht mehr auf die Kranke. Wir können die Batterien sehen, dass es so kristallisch klar ist, dass man nichts sehen kann. Man denkt, dass es fast nicht visible ist. Es ist ein neues Design. Es ist speziell entwickelt. Es ist nur ein neues Design. Es ist ein neues Design. Es ist ein neues Design. Es ist wie eine Testfahrt. Es ist nicht die richtige Farbe. Es ist noch nicht verletzt. Es ist nicht fertig. Es ist fertig. Wie gesagt, es war eine Testfahrt. Soon, wir geben euch die komplette Bildung dieser neue Revolutionary Aircraft. Vielen Dank.